Willkommen im Nachs-Multipaus Herzlich Willkommen bei Naxx-Multipaus Und einer weiteren Runde Shift 2 mit Poppa, Mandi und Bala Wie ich schon oft gesagt habe, diese Spiele hassen mich und ich sie langsam auch UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU Wat ist denn jetzt kaputt? Du bist kaputt ja verdammt ich noch einmal hier ich krieg nicht zu viel mit denen hauptsache du glaubst dran jetzt hier andauert wird mir alles rein ich hab schon schwer genug so auf der straße zu bleiben die Bremspunkte sind wieder perfekt gewählt guck dich Manni wow auch wieder drauf da 4 WD ich seh euch wenn ich die Strecke jetzt noch kennen würde ja toll jetzt dreht der sich da einfach du hast ne Disco also Leute ich hoffe ihr habt das alle gesehen die machen das ja absichtlich sind nur auf dich aus es sollte Rennverbot geben für die Computerspieler mussten die immerhin total begrenzungen hin ja Crash der Sound von der KI ist echt übel ja wo seid ihr denn schon wieder maler legt sich mit dem mit der KI ran und aber du hast schon so gleich den Schuss ich kann ja nicht mehr hin ich weiß nicht mehr welcher ich weiß nicht mehr welcher ich bin oh jetzt wird's ja hab ich wieder Temposimit ich spiel heute noch ich hab's nur die Schnauze ich hab's nur die Schnauze ja ich kann auch das ist hier viel besser und du haha wie läuft denn das hetrk schon drin gut ich bin doch ein Siebter ja ich ja ich nicht nicht auf den ich glaub da sind ich glaub da sind zwei ich dachte mir wärs dir jetzt gewohnt weil ich das gemacht hätte ja ja aber So, fünfter! Vierter! Also rote sind nicht alle! Nein! Nicht sowieso! Nicht! Dicken zuken nicht! Und dritter! Ich seh dich doch nicht mehr! Und drücken! Was hättest du los? Ich seh mal nicht! Ich seh dich! Und der Neude, den kriegen wir hier! Jaaaa! Jaaaa! Wer nicht kriegt, viel Kupis! Da vorne ist er! Da vorne ist er! Der Sau-Pau ist der Ländige! Jaaaa! Jaaaa! Hapfer! Ich wollte mich nach meiner Karate haben! Ich hab's nicht geschützt lassen! Irgendwas Unwichtiges! Ja, irgendetwas was zu tun, dass diese Gruppen hier... ganz wichtig waren! Das wird mich doch irgendwie gesagt worden! Nein, 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 nein! Niedermann! Wow! Jaaa! Jaaa! Rapp ich doch! Güsser! Hab ich nicht gesagt, er überholt uns noch! Er hat mich gerammt! Du bist denn reingefahren! Du bist mir an die Seite reingefahren hier! So sieht es aus! Ich brauche ihn überholen! Wir werden auch die Bilder sehen. Ich hab keinen Expo gemacht. Ah, den brauchst du auch nicht. Ich würde aber keinen von den Arsch in die Tour gemacht. Ich dachte, weil du hinten einen Aufkleber drauf hast, das Fahrzeug schwingt aus. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Ja, aber das passt ja nicht. Ich hab das in meinem Scheiß nicht. Also ich werde nicht spielen. Ah ja, springe ich an. Ah ja, schon wieder Tempo sind wir hier. Ich bin überhaupt nicht abgekürzt. Ja, ich bin höchstens dran an ihm. Wo denn? Ach, sehr schön, wir machen hier da so schwer. Wir haben hier eine Anhängerpuffung. Ich möchte schon sehen, wenn der nächste Fehler macht. Ein Rennwagen hat eine Anhängerpuffung. Ja, das geht ja nicht. So, da hat man dann halt noch Kuppel raussteht. Weißt du, wie soll ein Fahrrad stehen? Das ist nicht so, wie soll die Leute machen? Das ist nicht so. Das ist nicht so. Das ist nicht so. Ja, das ist nicht so. Okay. Ich darf eine Runde einsetzen. Meine Vesta ist nur 7 Minuten 58. Per Runde. Oh, ja. Noch ein Explorer. Vielleicht wird er dann so. Na, weil ich hätte ganz gut gehört. Nein. Geht nicht für euch mal scheiße. Geh kack. Komm schon. Komm schon. Nicht nervös werden. Den kriegen wir. Ich hab mir doch alles einbauen lassen. Ja. 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 Das hört sich so an, als ob Kara dort ist. Ich hab ihn. Der ist doch ein Graschen-Feller. Egal. Ich muss nicht bremsen. Mist, Leute. Wir haben ihn. Wir haben ihn. Jetzt müssen wir es nur noch halten. Nein. Ich hab mal eine alte Zeit getoppt. Komm schon. Komm schon. Oh, hör auf. Hör auf. Erzähl nicht so ein Scheiß hier, ey. Wir sind nur eine ganz Verbundung, ne? Ja, aber Bala. Ich halte ihn schon. Oh, hör auf. Die Strecke geht mir voll auf den Senkel. Oh, hör auf. Wie was? Noch eine Schlange. Uuaah. Wir sind schon wieder tief. Das war's. Da, ja, ja. Oh, 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 oh. Roddy, geh schon wieder ins Gras! Bala ist unser neuer Gärtner. Ja, Bala ist unser neuer Gärtner. Den Koreenpies. Das war ein Mann hier. Das hier keine Karnikel über die Reaktive der Strecke, sonst kommt die Peta auch noch. Die werden wahrscheinlich nachträglich entfernt. Ich hab ja fast nen Anfall gekriegt beim Start mit der Karre. Die ist ja so rasant losgeburkt. Aber im Kurken ist echt schwierig hier. Dass man langsam genug ist. Ja, aber die Karre, die zieht sofort ab. Tophar! Da ist Tophar! Ich seh Tophar! Ich auch. Ich hab mir mit Karn. Fakt mit Karn. Heiße, 8. Wir haben Tophar, Jungs! Der Noob holt sich noch! Ja, Tophar wird nervös! Ja, dann müssen wir jetzt mal hier anders spielen, ne? Ja, ja! Nein! Das ist eigentlich Bala! Nein! Obwohl, wenn ich gerade Bala nicht klapp gemacht hätte, das ist ein Gewicht im Moment. Boah, du Arschgeige! Ich hab nicht gesehen Bala! Warte nur! Warte nur, wenn ihr die gerade Strecke kommt! Ich hab nicht gesehen, wenn ich nicht da habe! Ich werde nicht bei Tophar! Der hat mich blockiert! Die Hute! Ja, ihr habt's doch nicht mehr alle, ihr Blödsäcke! Hm? Ja, weißt du, wenn ich einmal reinfahre, dreht's mich! Aber wenn er mir reinfährt, dreht's mich auch! Ich hab Bala... So ein Schmarn, ey! Welche Drogen hast du denn? Fala! Seht ihr jetzt, betriegelnd die beiden. Gegenseitig und ich habe alle Waden. Nein, die Kamera ist schwer zu händeln! Nein, die Kamera ist schwer zu händeln. Nein, die Kamera ist schwer zu händeln. Nein, die Kamera ist schwer zu händeln. Die Kamera ist schwer zu händeln. Jetzt hast du Glück gehabt, jetzt hast du mich nochmal gecrashed. Jetzt ist es vorbei. Das war's. Ja, noch nie. Ja, aber... Ich kann in dem kurvenreichen Gebiet nicht aufholen. Ich kann nur aufholen, wenn gute Gerade da sind. Ich hab ne... Ich hab ne... Oh, ein Klips... Ich bin so der Sündenbock. Ich hab auch ne Zeit, wir haben hier zu den Polizei getrunken. Oh ne Scheiß... naja wenn ihr beide nicht blockiert hätte ich euch beide schon abgeengt so sieht es aus ja vor allem du! im nachhinein kann man das immer sagen! du warst eiskalt blockiert beim überholen manöver weiter 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 ich bin doch da irgendwo hinter mir das ist doch eine starke ja welcher rennfahrer kann sich die denn ausfindig erken? ja meinst du die hat den Namen grünerin und don na komm schau'n was heißt ihr abstand nutzt eiskalt? die drei sind langsam am Tor das geht mal gar nicht hin ich wollte sowas nicht sagen dann fahr ich gleich in die nächste Band die beiden streiten sie und ich der dritte freut sich wir streiten dich nicht ich stehe hier gerade mit auf die Drecke dann stellst du dich da hin aber heute das war damit ein Kampf ich fände schön dass sie mir ansehen dass die Zeit nicht in die Aktion denn sonst nicht in die Aktion das glaub ich dir sogar also meiner läuft maximal 324 ich habe nur das rausgekommen dann muss ich schon gar nicht vorne sein ich gucke es nicht nicht mehr bei 324 26 30 32 da ist die Packung da ist die Packung ein 425 ich habe es noch geschafft 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 spannendes Rennen wechselnde Führungen Toff hat das zweite Mal gewonnen und Toff hat logiert bei Überholmanövern ja ich bin für die Sperre ja ich auch ok ups haps HI 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 HI